So, guten Morgen, Willkommen zu einem neuen Let's Play und hier geht es mal die Framerate nach unten, warum auch immer. Das ist das Hauptmenü, das ist sau anspruchsvoll. Ja, Timeshift. Das, ich habe gedacht, ich schiebe mal wieder einfach sowas zwischen rein. Wie bei Metal of Honor 1, das ich immer noch nicht hochgeladen habe, sehr gut. Und wenn das fertig ist, werde ich es auch hochladen. Daraus ist jetzt, ich habe Metal of Honor 1 schon hochgeladen. Was ich seit irgendwie fast zwei Monaten hochladen will, weil wir... BKK, das ist doch natürlich ein neues Spiel hier auf, äh... Leicht gibt es gar nicht, so muss das sein. Und ich habe es noch nicht gespielt, huh. Wie denn auch, ich habe es noch nicht so lange. Ich habe mir das erst vor kurzem gekauft, äh, ich meine illegal heruntergeladen. Kaufen, kommen wir denn da hin? Gesamte Gebäude zusammengebrochen. Es befand sich über einer riesigen Untergrundeinrichtung. Das könnte die Ursache des stadtweiten Stromausfalls sein. Nachricht verstanden, Sir. Hey, was soll das? Au! Au! War möglicherweise eine massive Explosion. Wenn jemand drin war, kann er nicht überlebt haben. Na, nein, 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 nein. Team bird بع Hadontin, ja. Was soll das werden? Na, nein, nein, nein. Alle Mann raus! Ewach! Ewach! Identifikation akzeptiert. Sind Sie verrückt? Der Anschluss ist nicht bereit! Na los, Mann! Wir müssen! Tolles Intro. Es ist so herrlich nichtssagend irgendwie. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Also gut, ich habe mal... Zeitkoordinaten werden festgestellt. Ich habe Frame-Anbrüche, warum auch immer. Die Zeitkoordinaten leisen auf einen alternativen Zeichen. Da wird noch irgendwas laufen. Größte Entsprechung ist 1939. Hm. Ich dachte, dass es von 2007 ist, zieht es ganz gut. Ach, von 2007. Keine Ahnung. Ich bin... Ja, ja, komm. Setze S2-RM zurück, um alle Video-Übertragungen zu empfangen. Ich hoffe, alles ist bereit. Hey, aufstehen! Wir wollten Sie nicht bewegen, solange der Anzug Geräusche macht. Na los, wir müssen hier raus. Shit, die sind nah dran! Los, Bewegung! War ich jetzt nicht 39? Hey, folgen Sie mir! Schnell! Ich bin verwirrt. Das am Anfang des Spiels. Das, obwohl ich schon mal kurz angespielt habe. Oh, was ist das? Schnell, die sind überprüft. Ja, ja. Sieht sogar richtig gut aus. Nur diese modernen Schuhe, die gut aussehen. Ich hoffe, Ihr toller Anzug kommt mit Regen klar. Dank Tron regnet es hier ständig. Ich finde mir doch keinen Ahnung, wie es geht, aber... Details! Ja, Sonne im geschlossenen Raum, ja. Ja. Immerhin weniger Drogen, Junge. Hab ich mehr, aber... Was ist denn das hier für Frame-Anbrüche? Ich hab doch 100 Frames, was soll das sein? Was heißt Frame-Anbrüche? Was ist denn das? Irgendwas ist mager hier nicht. Hab ich noch irgendwas laufen? Wir speichern einfach mal, das kommt immer gut. Wie geht mir, das ist nur eine, oder ist die Tür so groß? Ich komm zum Hoch von der Schöne. Direkt am Kopf, wir gehen voraus, um den Ausgang zu sichern. Ihr Trupp bildet die Nachhut. Ist das unser einziger Ausgang? Ja, aber nicht lange. Wir sind doch mal, hierher kommen wir. Welchen mir bin ich denn jetzt? Los, los, los! Das ist 39. Ich bin ziemlich sicher. Naja, was auch immer ihr das sagt Ich Mach einfach mal da lang Passt schon, alles wird gut Kann ich auch irgendwie rennen? Okay, das war der falsche Weg Drücken sie eh, um fortzufahren Weil F9 geht ja nicht Einfach so, ähm, nee, das ist Wenn man tot ist, kann man nicht mehr schnell laden Ja, dann machen wir mal auf, komm Du, dass diese Wieder rein Bin ich schon wieder schnell Was ist, hat die Sprachausgabe extra lauter gemacht Als zum Rest Ich gehe einfach mal weiter Ich weiß nicht, was ich da einfach vorbeilaufen Das ist schon schief Irgendwann ist die Lärm zu springen Ja Ich hab die schon eingestellt Ich werd wohl wissen, wie ich die Ja, ein Mann Genau, was soll da schon schief gehen Man, sind wir doch realistisch Einer allein hält doch das alles problemlos Gegen diesen riesigen Roboter Oh ja Gut, dass sie uns nicht sieht, weil Ich überhaupt nicht so mittig drinstehe Ja, ich bin nass, das ist los Ja, die sehen uns natürlich nicht Hallo Gut, dass sie so gut getarnt Ich hab meinen Regentarn an Kann man mich im Regen nicht sehen Was war das? Achso, Blitz Okay Hoch Ja, ja, ich krieg schon einen hoch Nein, vielleicht auch nicht Ich krieg da schon hin Ohne Waffe schaffen sie es nicht Hier, nehmen sie meine Ja, weil Du willst das nicht schaffen, richtig? Richtig So, äh Wollen sie einfach da rumstehen? Bewegung Das wird doch auch mal schön Ich stehe rum und die anderen machen die Scheißarbeit So, ich hab übrigens Maschinen Na los, atme Nö Dann mach ich nur lauter Geräusche Bleib bei mir Ne, leck mich, bei dir doch nicht Wenn ich atme, mach ich nur lauter Geräusche über Mikrofon Deswegen atme ich nicht Crone Industries, United for Better Tomorrow Ist immer direkt sympathisch Ist das eine Armee aus Meisterpropper, oder wie der hieß? Die haben uns gefunden Versteckt Verdammt, durch einen anderen Weg da rein Der Geistige ist bewaffnet Oh ja, heilen sie zum Glück automatisch Ein hoch auch moderne Spiele Da oben rechts, äh links, rechts, rechts, rechts Oben rechts uns ist links, ne? Das haben wir zumindest auch Ja, ja, komm Ich schieße euch erst mal Muss ich es überhaupt euch tot zu schießen? Ich komme ja eh nicht durch Ich glaube ich nicht, dass wir uns rein Äh, ja genau Man ist die knarre Scheiß Ja, wir halten uns Wo ist der Raketenwerfer? Hier damit Ich warte vielleicht erst mal einen Moment Ihr macht das schon, Jungs Ich hab da volles Vertrauen in euch Soll da schon schief gehen Zeigen sie mir ihre Papiere Geht ganz schön was aus, die KI Ich hab halt die falschen Waffen, würd ich sagen Wo ist der Raketenwerfer, der mir versprochen wurde? Karabiner War ein karabinerlichem Gewehr einfach so? Vielleicht erinnere ich mich da auch einfach falsch So, wir speichern uns ganz als auf Weil Code 5, was soll ich denn damit anfangen? Ja, weil hier so weit weg sind Komm schon Die halten echt gut was Mission voll Na, ich hasse sowas Klingt nur auf so ein Licht Richtig nerviges Gepiebe wie ein Zelda Das war immer grauenhaft Wenn er so Ganz wenig Herzen hatte Boah Passt doch toll zum Spiel Deswegen erzähl ich euch das jetzt gerade Gibt es hier irgendwelche Secrets? Oh Spielzeug für Papa Komisches Design, aber Er kann die Laterne umfahren Ich glaube das ist eine Verbündung Hierher Das liegen schon seit Stunden da oben Oh Ich glaube sie, die haben sie gesehen Mh Wem? Kommt nah drauf? Bloß weil die auch nicht Gut, dass ich da nicht reingegangen bin Das war eine meiner besseren Ideen So, ich hab doch hier noch irgendwo Special Tricks Kann ich die schon benutzen? Hier geht noch gar nichts Habe ich schon Granaten können? Die Anzeigen sind immer noch aus Dun Aber was soll's Was ist das? Da regnet es rein Okay Sieht irgendwie leicht merkwürdig aus Aber was soll's Dabei habe ich das Haus glaube ich schon eh Ich glaube und verstehe noch nicht Was der Typ da die ganze Zeit labert Befertigen sie sich ihre Situation Selbst die größten Idealisten unter Ihnen Müssten zu dem unvermeidlichen Schluss kommen Dass eine Nindala Ausweichlich ist Ja Jetzt wo ich da bin Ist die Unausweichlich Systemfrequenz in der Nähe Alpha 1 zu entdeckt Dr. Alien-Gone Lokalisiert Okay Äh Das will ich haben Wo muss ich das Wo kann ich das kaufen? Und was kostet es? Es sollte Ihnen klar sein Dass Sie dasselbe Schicksal ereilt Wenn Sie dieses Ich will diesem Typen zuhören Aber ich will gleichzeitig was sagen Das ist schwierig Halt doch mal über die Fresse Das ist das Beste uns alle Ja ich schieße mir vorhin in den Kopf Und die sterben nicht Zentrale ich brauche Hilfe In welchem Jahr bin ich jetzt gleich nochmal 39? Die müssen die Nazi-Übermenschen sein Merkt man gleich Die halten auch Kopfschüsse aus Auch wenn das nicht aussieht wie 1939 Da redet niemand über meine Mutter Außer ich Was ist mein Magazin überhaupt? Sehe ich das irgendwo? Ach da Ich habe natürlich keine Zahl Ich habe nur eine grafische Darstellung Weil Wer will schon genau wissen Wie muss ich so denn noch? Das ist keine Waffe Was redest du da? So ein Idiot Wer? Hast du nicht gesagt? Hört Was der Mann gesagt hat Das soll sie auf dem Boden liegen So Ich bin doch gar nicht so schwer für Was auch immer für eine Schwierigkeit Ich gerade nochmal gewählt habe Soll denn der so ein Fenster schießen? Wie feige ist das denn? Mach ich doch auch nicht Die halten echt gut was aus Muss ich sagen Oder ich habe einfach die völlig falsche Waffe Aber wir können ja einfach stehen bleiben Und uns hinknien Ist es nicht toll Neun spielen? Ich habe ja noch eine Pistole Vielleicht ist die besser Hier kann man einmal schön im Kreis laufen Schön auch dass es hier so textiliert So doch recht fein ist Das macht die Dateien wieder schön groß Das freut mich Dauert es nur wieder 50 Stunden Bis ich es mal hochgeladen habe Hey die Reifen bewegt sich Faszinierend Meine Framerate geht gerade ein bisschen in die Knie Ich glaube der mag irgendwas nicht Jetzt soll ich die Einstellung ein bisschen runter drehen Ja irgendwas mag er gerade glaube ich gar nicht Habe ich noch irgendwas Ich glaube ich weiß was ich noch laufen habe Aber das kann ich gerade nicht ausmachen Also kann ich schon Aber das ist leicht ungünstig Jetzt soll ich nicht aufnehmen Also wenn nichts anspruchsvolles Jetzt soll ich mir einfach einen neuen Rechner kaufen 5000 Euro Achja wo denn Ist hier gleich zwei Idioten Hey Richtig Ich habe die Uncut-Version Da war ja was Ich muss hier bitte mal tot umfallen Munition erhalten Warum liegt da Munition Scheiß Reifen Es sind bloß drei Ich brauche auch vier für mein Auto Um den Entwickler würde ich nicht mitgedacht Hey ich kann das Ding kaputt schießen Cool Ameisenkrieg Besser als das normale Fernsehprogramm So Ich gehe einfach mal da runter Das ist ein modernes Spieler Da kann man sich nicht verlaufen In dem er falsch runterspringt Anders als in Turo 2 Ja das habe ich gemerkt Aber das ist der so klingt Bitte wiederholen Bist du okay Bist du okay Ja ja Habe ich noch eine dritte Waffe Nein ich habe jetzt die Stole Ich bin euer Freund Gute von Gibt doch ein Schiss hier Oder Was Sinnlosigkeit und Reaktion Das sind voll sinnvoll Wie kann ich diesen Typen abstellen Ich verstehe ihn eh nicht Ich weiß nicht Jetzt verstehe ich ihn Unbegrenzt Also respawnen den Gegner Das war ich nicht Wohin Hoch Da war ich aber nass Das ist doch scheiße Okay Hier ist Wasser okay Ah ja guck mal das Wassergeräusch Ja dann bewegt dich auch nicht Ja komm Sieg dich Ich habe doch Granaten Aber die möchte ich ehrlich gesagt aufheben Für später Wenn ich die Waffe dann nicht mehr habe Und die Granaten nicht mehr benutzen kann Jetzt soll ich doch die Granaten benutzen Nein Dieses Mal war ich das Als wäre die Mr. Proper Armee Oder wie auch immer Ich weiß nicht Ich habe die Waffe von ewig nicht mehr gesehen Ja tu mich Ich auch Wer wird exekutiert Kriegsgefangen Oder muss ich Ja das ist ein Freund Hey wer zum Teufel sind sie Wo ist Jenkins Deine Mutter Jenkins ist auch bei deiner Mutter Doch wurscht Hauptsache ich lebe noch Munition erhalten Ja ja einfach feuern Passt schon Nicht zu unterhalten Na also Hier ist eine Wand Wo soll ich denn da hinfallen Gegen die Wand zurückzufallen Ich möchte falsche Zeiten Um Vertrauensspiele zu machen Und sich hinfallen zu lassen Ach Ausgangskoordinaten des Alternativzeitsschwurms werden bestimmt Was tut Ich bin Okay Ich hoffe ihr habt keine Äpfel Ich ziehe Bitte Ist das euer Problem Ich will euch jetzt auch schon nicht mehr stören Wie kann man da Zeit spielen Oh Er steht Auf Wenn der audition straf betrachten Und 그렇죠 Ja Ich nehme alle Leih Ich weiß Ich nehme er Es ist trof Ich kann dir die Pistole tatsächlich sind die Stärke? Ich glaub sie ist wirklich stärker Ich hab keine Ahnung wo es geht, aber passt schon So guck mal wie es Ja, verlangsam Anhalten Und zurückspulen Ich hab gespeichert Zieh das auch wieder auf Das ziehen wir dann Schicksalsame Vorgehen zu überdenken Wenn sie ihre durch nichts zu rechtfertigende Auflehnung fortsetzen Kann dies zu nichts anderem Als zu ihrem Wiedergang führen Mach